Wäre bei mir nicht anders Mit meiner Salmonella Ja, es ist halt einfach, dass ich ewig nicht mehr weg war Also wirklich Ich meine, ich habe das schon damals immer Wenn mein Bruder mal hier war Und dann nicht im Park gearbeitet hat Und er hat da mal irgendwie, weiß ich nicht Zwei, drei Wochen hier gepennt Und er hat da mal eine Nacht auf den Hund aufgepasst Und ich konnte bei meiner Besten hier übernachten Das war schon für mich wie Urlaub Also das wird sehr ungewohnt sein Aber cool, wir werden das schon rocken Ja, gehe ich auch mal von aus Genau, genau, genau Wochenende sage ich natürlich noch vorher Also früh genug logischerweise Das wäre super Ja, ne Nicht, dass ich morgen vor der Tür stehe Aber wir noch gar nicht mal Oh, scheiße So, opala Mensch, wie kommt das denn Ja Mittelerde betreten Oh, wir sind zeitgleich Scheinbar Ich betrete nämlich auch gerade Mittelerde Mach keinen Scheiß Stell dir vor Stell dir vor Ja, lieber nicht Wie du mit Boffeln knuddelst Umbringen Knuddel Lieb und knuddelig, Männer Lieb und knuddelig Sie sind knuddelig, ich weiß aber Meine Version war besser Nein Doch Du verstehst das Ding Wie um Boffeln werden keine Freunde Doch, werdet ihr Ich bring euch da noch Dazu noch Nee, das ist Das ist ein Das ist ein Du verstehst das nicht Doch Sehr gut sogar Nein, das ist hier Was du da gerade machst Das sind falsche Kausalverknüpfungen Ursache und Wirkung Nein, nein, nein Du gehst ja auch nicht in eine Bank Und sagst Geld her oder ich gebe einen aus Doch Klar Tschüss Hi Sohnemann Alles für den Alles für den Schritt Hey Warte, ich gucke mal Ich gucke mal eben Ja, alles gut Wo rätst du denn schon wieder hin? Keine Ahnung So Weg vom Und dann Weg von den ganzen Dreckigen Ich wollte ja Ich wollte ja diesmal Nach Lützelbinge einmal gucken Was in Lützelbinge Noch so rum Lützelt Ja, dann Lützeln wir Wollen wir reiten? Ja, ne? Warte mal Nach Lützelbinge Können wir glaube ich Noch gar nicht Reiten Weil wegen Und so Ne? Ja Das war jetzt kein wirklicher Grund Du hast Du hast dein Pferd Und wir waren da noch nicht Um das Einzudingseln Glaub ich Warte mal Das ist ein Wund Seid gegrüßt Ne, nach Lützelbinge geht's noch nicht Aber ich dachte, das wärst du gerade gewesen Also ich selber könnte reiten Aber da du kein Pferd hast Da du kein Pferdchen hast Müssen wir leider zu Fuß gehen Mein Sohnemann Ja, ich bin Kummer und Leid gewöhnt Alles gut Gott freue mich auf mein Abendessen Ich glaube das letzte Mal habe ich um Elf Elf, halb zwölf gegessen glaube ich Okay Meine Mahlzeit ist Das ist überfällig Naja, ich komm bei mir War es über so 13 Uhr oder so Keine Ahnung Ich weiß nicht Ich hab nicht auf die Ohren geguckt Ui Überstock und Überstein Ja, da will der Nächste sein Auf, auf, auf Wir fahren in den Zoo Ja, ja Ja Mhm Oh, ein Ewa-Eschung-Zweig Was macht denn? Du misst nichts Vor allem ist das ein Zweig Und sie haut da mit ne Axt drauf ein Wahnsinn, ey Dem hast du das Keine Chance Er macht doch so viel Spaß Ja Spiel, Spaß, Spannung Können wir nochmal meinen Vorschlag mit der Atombombe und dem Auge nochmal besprechen? Nein Nein Scheiße Einfach Nein Versuch was, wir Ich muss das versuchen Für mein eigenes Wohlbefinden Dein eigenes Wohlbefinden, ja Mhm Achso Sofern bei dir nichts anderes ansteht Klappt das übrigens mit Danach privat zocken Da wir ja bis Mittwoch zu Hause bleiben müssen Wenn ich morgen auch schlafen darf Ich also nicht Die Uhrzeit steht gar an dir nichts mehr an Ja, es hätte ja sein können, dass Hintz und Kultz noch vor der Tür steht Nein Meine Mädels sind heute woanders Das Alter, das klingt auch deine Mädels So, also Du hättest so ein ganzes Haar Ich meine damit Meine Beste und ihre Freundin Äh Ja, ich weiß Ich sitze ja auch hier Beziehungsweise sind Wahrscheinlich jetzt wieder zu Hause Aber weil Sonntag In dem muss morgen wieder arbeiten Andi liegt flach Weil zu viel gesoffen Also Hier kann man zu viel saufen Geht doch gar nicht Äh, wenn man fast jeden Tag knüttelt Irgendwann merkt man das dann schon Und ist man so einmal einen Tag kränkt Guck dir unseren Nachbar an Na gut, du kennst ihn noch nicht Ja Andi ist ja nicht euer Nachbar Wer weiß Wir sind halb Wir sind halb nicht Nachbarn Ich weiß ja nicht, wo euer Nachbar gebaut ist Aber Andi ist einfach nur ein Gerüst Der vertrickert nicht Dann irgendwann ist klar Er trägt was Gutes vor sich hin Unser Nachbar Vor sich her So eine Platze Dann kann der wahrscheinlich schon mal mehr Wobei Also kommt noch das an Wie der Andi immer seine Nuppenbrause säuft Seinen komischen Wurder Das ist süß Und dann in der Kombination mit Bier Tja Irgendwann Tatsächlich Wenn ich das in Kombination trinke Passiert bei mir gar nichts Wenn ich das in Kombination trinke Bleib ich eigentlich relativ locker Ja, locker bleibt er auch Ja, ja, ja Nein, ich Ich meine damit Ich merke da halt nicht viel von Bei mir ist das irgendwie Was ich Welche Kombination ich nicht trinken dürfte Wäre Wein und Mischen Ich dürfte halt Auf Wein dürfte ich keine Zum Beispiel kein Fantacorn trinken Oder So Oh Gott Okay Oh, hier ist ein Buffen Ach, das ist das Ding mit dem Kuchen Okay Das sollten wir noch nicht machen Ich glaube, das reicht wieder Was heißt, wir sollten ihn direkt töten Was? Nein Nein, natürlich nicht Nein So, ist hier noch irgendwas Da ist jemand Ihr da Dürfte ich kurz mit euch sprechen Ja, okay Ich mache mal Alfred Gutklipp Soll ich annehmen? Jupp Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stellen? Und den hier hinten Sprechen mit den Bauten Bauten Und den hier hinten auch noch Wie heißt der? Speckheim? Ach nee, Sackheim Ich weiß nicht Ich weiß nicht, ob du hier auch eine hast Aber ich hatte hier eine Bringt Mundus Brief zu mir Ja, okay, okay, okay Ja, weil das hier Das ist tatsächlich eine Prolog-Fest Mit Also Das ist ja eine ganz tolle Geschichte Teils geschichtlich Ich habe das nur zu spät gesehen gerade Ja, ja, ist okay Ist okay Ist okay Ist okay, Mutter Ist okay Ach so, ich kann hier einmal kurz den Kuchen mitbringen Ich habe jetzt hier noch keinen Briefträger gefunden Ich weiß, der ist ein Briefkasten Aber ich Gibt es davon keinen? Warte mal Gereador Mach mal Das ist der Kuchen, Heini Wo ist der Briefträger? Das ist die hungrige Hobbitfrau? Hä? Da hat er an uns vorbeider gelaufen oder so So Die hungrige Hobbitfrau Wo ist denn dieser Post-Juckel? Na gut, wenn man ihn nicht findet Ist er doch froh Ne, den brauche ich ja für die Quester Ich bin da ein Litzelbinger Du glaubst, du glaubst nur, dass du ihn glaubst Nein, ich brauch den wirklich Du brauchst ihn nicht, du brauchst ihn nicht Ich vertraue in meine Worte Jetzt haut sie wieder ab Ja, weil ich diesen Brüfträger suche Brüfträger? Brüfträger Brüfträger Das wird der Feuer nicht Muss ja hier irgendwo sein Konnt ja nicht verschulden sein Nee Das kann ich nicht akzeptieren Und du bist doch wirklich nur der mit dem Kuchen Ja Du bist wirklich nur der mit dem Kuchen Nein, noch verstehen wir Oh, Stadtbewohner Es ist ein Buffen Was ist es? Es ist ein Buffen Ab Tonne Hier gibt's keinen Brüfträger Könnt ihr mal erzählen, was ihr wollt? Doch hier Der Tauschhändler Das muss man erstmal sehen Moment eurer Zeit stehlen So, bitte einmal annehmen Scheiß Dann Und ich dachte Was? Achso, ich auch Du auch Ja, natürlich, du auch Glaubst du, du kommst da einfach um die Schule drauf? Was denn jetzt? Ja, was denn jetzt? Ja, einmal mit dem ansprechen Ansprechen Du meinst den Mitrilhändler Nein, den Tausch Werde ich ja Pana Ja, welches denn? Danke Geringere Sens Geringere Gebrannt Zeichen des Notizen Hatten So, warte Danke, Post für mich, ihr Binge Tauschhändler Ja, hab ich aber nicht Ja, hab ich aber nicht Ja, gut Ich kann ja nichts annehmen, was ich nicht habe Ja, dann, dann, dann lauf einfach Dann hast du irgendwo ein anderes So, diese Briefdinges Fest offen Die du nicht getan hast Ja, Gott sei Dank Guckst du nicht drum rum? Können wir nicht das aus Auenland einfach verlassen? Nein Können wir nicht Ich bin nicht so schnell Ich bin nicht so schnell Ich hab keine so viel Zeit Ich hab auch keine Zeit Ja, bei mir steht hier allerdings Gündel tragen Und die Zeit läuft rasant bergab Ja, deswegen musst du doch nicht so rennen, ey Ja, klar Geld auf Zeit, Junge Mädel Ich weiß, aber trotzdem Mein Sonst ist er langsam wie so ein Irgendwatt Und jetzt rennst du los, ey Wie so ein Ferrari Ja Oh Mann Oh Gott Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Oh Gott Warte, ist er da irgendwo? Ja, ich möchte hier nicht ungern In irgendeinen neugierigen Hobbit reinlaufen Ich weiß nicht, ob da gerade einer war oder nicht Kommt, 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 kommt Spring 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 Ein kleiner Hobbit springen So So Spricht mit Lovillia Sackheim Beutlin So Das ist die Prologen fest, ne? Wie ist das Wertebefinden? Was ist das? Ach herrje Ein Brief von einem Sackheim Beutlin Ist nicht gerade etwas, das man gerne sehen möchte Äh Ich hoffe, dass es mal mit Ja Tut es Tut es Äh Er macht mich persönlich für seine Schwierigkeiten im Breland verantwortlich Ich war noch nicht einmal dort Ich bin noch nie außerhalb des Augenlands gewesen Und nun soll ich eine gerechte Entschädigung an seine Familie zahlen Aber er hat doch gar nicht Äh Doch gar keinen Schaden erlitten Das ist aus freiem Stücken nach Archite gereist Äh Ihr wisst nicht zum Völlig, warum ich Bürgermeister werden wollte, oder? Ich selbst habe es nämlich scheinbar vergessen Guten Tag Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Das sind wir einer Ich habe über Mundos Forderungen nachgedacht Immer eine Entschädigung für die schlechte Behandlung im Breland zu zahlen Und ich lehne das ab Wir können es uns einfach nicht leisten Einen einzelnen Hobbit für etwas zu entschädigen Dass er von Anfang an selbst provoziert hat Die Sackheim-Beutlins haben mich ohnehin nie gemocht Wisst ihr, ich glaube, es war einer von ihnen Der damit begonnen hat, mich Mehlklos zu nennen Nachdem das Dach der Stadttöhle eingestürzt ist Und mich im Staub begraben hat Mir ist es egal, ob die Landbürtel mich so nennen Aber den Sackheim-Beutlins steht das einfach nicht zu Es ist an der Zeit, hier einen klaren Standpunkt zu vertreten Ich werde mich nicht länger von den Sackheim-Beutlins hinsen lassen Sie können mich nicht einfach nur herumstupsen, wie es ihnen gefällt Und ich habe auch keine Angst davor, ihnen das ins Gesicht zu sagen Nun, im Moment bin ich allerdings sehr beschäftigt Bitte geht nach Beutlins End im Norden von Hobbingen Und richtet Lobelia meinen Entschluss in meinem Namen aus Würdet ihr das für mich tun? Ne, Lobelia mag ich auch nicht Ja, genau Er ist schwer beschäftigt Er steht hier rum Er ist schwer beschäftigt Ich weiß nicht, warum mein Bürgermeister ist Das ist ja Ah, was ist denn das hier los? Das sind ja alles beste Voraussetzungen Zum Sterben Okay Ich glaube, die Pferde waren da hinten Oh, können wir Pferde nehmen? Ich glaube ja Ich glaube, wir können Pferde nehmen Wir gucken einfach mal Äh, ne, Bildschlag brauche ich nicht Aber trotzdem, danke Ich glaube, ich kriege das so hin Wer nicht, freie ich Oh, hier ist ein Grenzer, der Hilfe braucht Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Ja, kein Ding Kann in mein Schwert laufen Da braucht er keine Hilfe mehr Ey, du kannst denn auch einen Fall in den Kopf schießen Warte mal Bingo-Abzeichenhändler Ich habe viele tolle Dinge im Anderen Oh, es ist kein Hobbit Dann mag ich dich Okay, nee Ich warte noch mit dem Tauschen Okay, warten wir noch Oder? Oh, nee Das kann ich machen Jetzt habe ich einen bequemen Helm Eine Auenlandkappe, der macht Genau Oh, ist das Spiel heiß Ich froh, wenn ich wieder zu meiner Therapeutin kann So, Steinmeister Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Ähm... Das Auenland... Einmal nach Hobbingen So, in der Zeit kann ich dann wunderbar essen Andreas Stolm hieß der Oh je Was denn? Der Nichts Höhe hot, mein Pferdchen Höhe hot Ja, schneller Schneller Ja, nicht M-m-m Okay, langsam mal Volles Pferdchen Wo ist denn der Held im Strumpfhosen? Da Hinter mir Hallo Hi Bist du ja auch noch da? Hallo 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 Ha, ich habe dich überholt Was? Also bei mir bist du noch hinter mir Also bei mir bist du hinter mir Okay, bitte überhol mich Ich sehe die ganze Zeit Den Arsch von deinem Pferd Direkt in der Kamera Sehr schön Geht, ne? Mhm Leider Arsch Gott, wie das gut, ja nicht was zu essen Das ist logisch So, also einmal Nach der ganz oben Wandern Lass du, ich könnte einfach mit dem Pferd reiten, ne? Ich halte dich nicht davon auf Doch, sonst immer Was? Mhm Wann? Ach doch Mhm Mhm Sonst heißt es immer Steig von deinem blöden Gaul da ab Ja Das habe ich noch nie gesagt Du warst noch nie Du saß noch nie auf dem Pferd Klar Großartig Klar Ich habe die Videos Ich habe das ja Ich habe das alles, ne? Und so Ja, ja Jetzt lauf, da Komm So Da hat der Typ auch noch stehen, ey Mhm Guck mal, der sitzt da so auf der Mord Guck mal, der ist so runter So Bäh Hallo Lopeia Kann man hier nicht einmal seine Ruhe haben? Ich habe von dem Ärger gehört, den mein Neffe Mundo in Breland gehabt hat Ich vermute, ihr habt den Münzbeutel des alten Mehlklosses bei euch Um uns dafür zu entschuldigen, oder? Nein, was soll denn, was soll denn dieser Blödsinn? Weißfuß hat wohl eine dicke, fette Schraube locker Es überrascht mich nicht, dass er nicht den Mut hatte, mir das selber mitzuteilen Aber das wird er noch bereuen Ich werde nach Michelbinge gehen und ihm unmissverständlich klar machen, was ich von ihm denke Als Bürgermeister ist er sowieso Ist er sowieso eine Niete Und wenn wir schon davon reden, welchen Sinn haben diese Grenze überhaupt? Mein Neffe hat so viel durchgemacht und er hat eine Und er hat die Grenze ja gar nicht richtig überschritten Die Grenze gar nicht richtig überschritten, so Wart es nicht, mich einfach so hier stehen zu lassen Ähm, wozu brauchen wir unbedingt einen Bürgermeister, Grenze oder Landbüttel? Wenn die nicht mehr verhindern können, dass meine Neffe bedroht, entführt und auf alle möglichen Arten gepeinigt wird Die Sackheim-Botlids sind in dieser Gegend eine sehr wichtige Familie Ich habe gehört, dass es am Rande des Auenlands Bilwisse gibt Bilwisse! Wenn ihr mich fragt, solltet ihr aufhören, nutzlose Botengänge für unseren fetten Bürgermeister zu machen Und stattdessen lieber etwas gegen die Bilwisse unternehmen? Wie ich höre, soll Willkommensstollen der Aufseher in Scheren Bilwisse im Grünfeld gesehen haben Sprecht mit ihm und geht dieser Sache auf den Grund Ha! Bilwisse! Tja, wenn sie die so zu nachfindet, komische Sünderung, du fitte Stück Scheiße Die hat dann noch eine fest, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest Ja, ja, stimmt Das ist Feuerwerk? Ja Warum schreit die immer so? Weil sie blöd ist Kein höheren Ton, kein gar nichts Und sowas darf ich nicht killen? Nein Aber so sind die Sackheim-Botlids nun mal Ja, genau, doch, 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 komm her Ach So, das entfernen wir immer aus der Übersicht Hä? Du kannst sie nicht töten Nicht töten Ach man Geht nun, meine ich So Ähm, gut, wir müssten einmal nach Michaelbinger zurück Wir müssten einmal nach Buckelstadt Gut Gut Der Dinn Ui, ja, sehr geil Ui Der Festbaum Oh Du gehst doch echt in ihre eigene, du Idioten, ey Lass nur du dazu da vor dich hin Noch nichts, ich hab noch was gedacht Ja, ja Das sagen die alle Siehst du Alles schließt mich mit ein Mhm Oh, ein Grenzer So Ich weiß gar nicht, können wir auch nach Buckelstadt reiten? Ja Ja Guck mal, hier sind doch noch andere Leute, die immer zu Fuß gehen Ja Wie ist das Wertebefinden? Okay, nach Buckelstadt kommen wir leider nicht Aber wir können auch mal nach Michaelbinger Da mussten wir ja hin Wegen Ne? Ist so? Ja, tschüss Bye bye Das Fährt findet schon einen Weg Hin und wieder zurück Wieso? Naja, wir waren gerade in Michaelbinger Und jetzt müssen wir ja wieder nach Michaelbinger Ich lebe nicht Merkt man gar nicht Nicht? Äh, nie Aber dabei versuche ich alles zu geben Wahrscheinlich bleibt es halt einfach nur bei einem Versuch Äh 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 Boah Ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr zu tun Ist glaube ich erst, wenn wir hier wieder, wenn wir hier wechseln Schaffen wir Vielleicht, heute Ja, weiß nicht Ich weiß ja nicht, was auch zu tun ist Äh, ein bisschen was Also nicht viel, also nicht so viel wie am Anfang Ach, wirklich Ich weiß, das war jetzt ein großer Hinweis Ja, perfekt Ich hätte es auch nicht besser formulieren können Ja, ich weiß Ich bin für meine glorreichen Bemerkungen bekannt Äh Ja Bestimmt Solange du es selber glaubst, ist alles gut Wo ist da? Ach da Hallo Hey, wieso habe ich hier keinen? Ich habe doch die Dinge angenommen Wollte gerade sagen, das ist eigentlich das Ding Das ist eigentlich das Ding mit dem Grenzer Ja, eben Spreche mit Ja, jetzt sind Duk Spreche mit Willkommen Stollen Spreche mit Jan Gott Ich habe doch das alles angenommen Hm Seltsam Gott Hobbit verarscht Willkommen Das ist wichtig, wirklich, ey Halt sie sich den bayerischen Hut vom Kopf und stoppe ihn in den Arsch Gut. Dann, wenn das bei dir mal wieder nicht klappt, dann einmal der Pucki statt. Ja, müssen wir leider zu Fuß hinlaufen. Was hast du denn? Gar nichts. Bist du sicher? Oh, Klang, es kommt so leicht verzweifelt. Das Spiel macht mich echt fettig, ey. Ist doch gut. Ich meine das nicht auf die gute Art. Warum? Warum? Ich meine das ist die Liebe. Mir ist Crazy. Es ist die Liebe. ных나